Das Ganze gibt es beim Bonbonball 2019 im Konzerthaus. Es gibt ja nicht nur diese Haupttanzfläche, sondern auch alle möglichen anderen Tanzflächen noch hier im Konzerthaus. Wie ist denn das? Also wir haben vier Säle und wir haben zusätzlich noch kurz Club Kaya gemacht erstmals. Das ist der Entertainer Kurt Stromer, der im Wiener Lied top ist. Und ich würde heute sagen, dass der Franco Antolfo, der ja bekannt war und wirklich toll war, aber stimmenmäßig nicht an den Kurt Stromer rankommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017